Es gibt auf dieser Welt so viel Los und Preis, doch wer kümmert sich darum. Öffne deine Ohren und hör die Menschen an. Wir wollen mit dir reden, weil sie traurig sind, hoffen, dass man helfen kann. Doch mach dich stark für die Kinder dieser Welt. Doch mach dich stark, denn wir brauchen ein Herz für Kinder. Wir machen uns stark für die Menschen dieser Welt. Wir machen uns stark, denn nur die Liebe hält uns zusammen. Wir machen uns stark. Öffne deine Ahnung und nimm sie an die Hand. Wir brauchen deine Hilfe, weil sie kraftlos sind. Ihre Hoffnung ist dein Verstand. Komm und öffne dein Herz, damit die Sonne wieder scheint. Wir machen Menschen, die im Mai kalten Regen stehen. Denn sie sind so allein. Wir machen uns stark für die Menschen dieser Welt. Wir machen uns stark für die Menschen dieser Welt. Wir machen uns stark für die Menschen. Denn nur die Liebe hält uns zusammen. Wir machen uns stark für die Menschen. Wenn wir bei dir seid, ich mache mich stark, für die Kinder dieser Welt. Ich mache mich stark, weil ich ein Herz für die Kinder habe. Komm, mach dich stark, für die Kinder dieser Welt. Komm, mach dich stark, denn wir brauchen ein Herz für Kinder. Wir machen uns stark, für die Menschen dieser Welt. Wir machen uns stark, denn nur die Liebe hält uns zusammen. Wir machen uns stark, wir machen uns stark. Denn nur die Liebe hält uns zusammen. Wir machen uns stark, wir machen uns stark. Denn nur die Liebe hält uns zusammen. Wir machen uns stark. Das ist euer Applaus für die Kids on Stage. Und ich habe, glaube ich, nicht so viel versprochen. Das war wirklich toll. Wie immer eigentlich bei meinen CDs, natürlich auf der Bühne auch eine ganz starke Leistung. Vor allem von den kleinen Supermännern hier. Das war großartig. Wir machen uns stark. Ein toller Titel von Kids on Stage unter der Leitung von Michelle Hussmann. Und die Michelle, die macht das immer ganz besonders. Auf die kann man sich besonders gut verlassen. Michelle, an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass wir schon so viele Jahre hier zusammenarbeiten dürfen. Vielen Dank und das ist ein toller Applaus für Michelle. Die ist ein bisschen schüchtern, sie traut sich nicht auf die Bühne, aber das ist sie auch nicht. Die ist ein bisschen schüchtern, sie traut sich nicht auf die Bühne, aber das ist sie auch nicht.